hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video heute mal wieder ein kleines tutorial und zwar für die leute die bei fifa 18 probleme mit dem controller haben besonders mit dem ps4 controller habe ich ja viele leute gehört die probleme haben ich war selber betroffen und da ich nichts wirklich gescheites im netz gefunden habe oder irgendwie ein video dazu oder so dachte ich manchmal schnell hier kurz mal eins und ja eigentlich ist das ganz einfach ich beginne am anfang als erstes wenn ihr natürlich fifa installiert habt sagt 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 ihr euch das ps4 tool hier wenn ihr das habt öffnet ihr es dann seht ihr hier den controller gibt jetzt habe ich es hier schon gewählt so wäre es eigentlich normal dann seht ihr hier der controller wurde erkannt dann als nächstes wenn es so ist startet ihr fifa mache ich jetzt hier mal nicht aber ihr müsst mir jetzt einfach mal vertrauen wie gesagt ihr startet fifa wenn ihr in fifa seit geht ihr wieder zurück hier zum ps4 programm klickt hier auf heiz ds4 controller dann sagt es hier es wurde abgemeldet aber in wirklichkeit läuft es noch also der controller sollte eigentlich ohne probleme funktionieren in fifa und jetzt der wichtige schritt wechselt den usb port ich habe ewig lang versucht und gemacht und getan nichts hat geholfen bis ich einfach mal an dieser stelle hier nachdem ich den haken gesetzt habe hier oben den usb port gewechselt habe einfach ausstecken wieder einstecken dann zurück in fifa und es sollte eigentlich alles funktionieren ja gut bei mir war es so ich hoffe ich konnte euch helfen ich habe wirklich nicht gefunden im netz das mir geholfen hat ich habe ein bisschen ausprobiert rumprobiert bis ich dann herausgefunden habe und es funktioniert wunderbar auch online es gibt viele leute die bei denen funktioniert der controller nur im single player modus oder im offline modus besser gesagt und sobald man online spielt geht gar nichts mehr dieser fehler sollte eigentlich auch behoben worden sein mit dieser methode hier okay ich hoffe ich konnte euch helfen und wenn ja hinterlassen like wenn nein hinterlassen like und ja wir sehen uns das nächste mal bis bald ciao